Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. Was ich gut finde in BAJ ist, dass ich viel lernen kann und viele Erfahrungen mitnehmen kann. Was ich gut finde, ist, dass wir hier Unterstützung bekommen von Lehrern, Ausbildern und Sozialarbeitern. Wir schreiben hier die Bewerbungen für die Ausbildung oder zum Beispiel für die Schule. Meine Aufgabe hier ist es täglich die praktische Anleitung und damit verbunden die praktische Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen. Ich würde meinen Freunden sagen, dass hier sehr viel geholfen wird und auf das Berufsleben vorbereitet wird. Die Schüler, die skizzieren, zeichnen und können gleich mit 3D-Modeln die Teile generieren. Die Philosophie, was dahinter steckt, die Schüler können sofort ihre Ergebnisse sehen. Hinzu natürlich, was ich noch gerne möchte, ist natürlich, dass wir in diesen zehn Monaten eine Menge Spaß haben, aber auch zusammen arbeiten und leben können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.